Ein Kummerkasten ist eine Box oder eine Person, die alle Beschwerden, Sorgen und Probleme entgegen nimmt. Wir hatten eine Zeit lang sogar eine solche Box bei uns in der Gemeinde stehen. Ich kenne den Kummerkasten auch schon aus meiner Schulzeit. Jeder durfte da seinen Frust reinwerfen und dann hat man darüber geredet. Ich habe mir sagen lassen, dass in manchen Ländern förmlich Rituale um den Kummerkasten herrschen. In England gibt es Schulen, wo am Ende des Jahres jeder Schüler seine Sorgen auf einen Zettel schreibt und in diesen Kummerkasten wirft. Und dann werden alle Zettel rausgeholt und der Haufen wird feierlich verbrannt. Wenn ich das Buch Klagelieder lese, habe ich den Eindruck, dass wir hier so eine Art Kummerbrief des Propheten Jeremias finden. Das Buch heißt sogar Klagelieder. Der hebräische Titel Eka meint so viel wie Bestürzung. Und bereits im frühen Judentum gab man dem Buch den Titel Laute Schreie. Mein Lieblingsvers steht in der Mitte des Buches und die meisten Ausleger sind sich auch einig, dass diese Verse auch so den Höhepunkt des ganzen Buches bilden. In Klagelieder Kapitel 3 Vers 22 und 23 heißt es, Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen neu und deine Treue ist groß. Die mutmachenden Worte, die wir hier finden, sind wie der silberne Rand an der dunklen Wolke am Himmel, der uns ahnen lässt, dass dahinter immer noch die Sonne scheint. Das Buch Klagelieder ist vermutlich von Jeremia um das Jahr 586 vor Christus geschrieben. Jerusalem wurde lange Zeit von den Babyloniern belagert. Die Strategie war einfach. Wir umzingeln die Stadt, lassen keinen mehr raus und rein, dann warten wir, bis die Stadt sich ergeben muss, weil nicht genug Nahrung vorhanden ist. Jeremia bekommt von Gott die Prophetie, dass Jerusalem gerettet wird, wenn sich die Menschen den Babyloniern ergeben. Doch man glaubt, er sei von den Babyloniern bestochen worden und stoppt ihn mit dem Mund und wirft ihn sogar ins Gefängnis. Und hier wird Jeremia schwer krank. Und so leidet Jeremia wegen seinem Volk, aber er leidet auch mit seinem Volk. Denn die Zustände in der Stadt werden immer drastischer und irgendwann fangen Mütter an, ihre eigenen Kinder zu kochen, damit sie etwas zu essen haben. Diese grausamen und barbarischen Umstände beschreibt Jeremia in diesem Buch Klagelieder. Der Name des Buches macht deutlich, dass es ein poetisches Buch ist. Fünf Kapitel, das heißt fünf Lieder mit jeweils 22 Versen. Die Kapitel sind nach hebräischer Dichkunst alphabetisch angelegt. Jeder Vers in dem einzelnen Kapitel beginnt mit einem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Nur das Kapitel 3 hat jeweils drei Verse mit dem gleichen Buchstaben. Damit hat das Kapitel, das dritte Kapitel, 66 Verse und ist wie die goldene Mitte des Buches. Während Kapitel 1 und 2, 4 und 5 die Umstände in Jerusalem beschreiben, wird in Kapitel 3 das persönliche Leid von Jeremia beschrieben. Jeremia schreit zu Gott und klagt Gott alles Leid. Gottes Ohr ist dein Kummerkasten, ist die Andacht für heute. Jeremia sieht aber nicht nur die Möglichkeit, Gott alles zu klagen. Er macht auch Gott für alles verantwortlich, so typisch für uns Menschen. Wir kümmern uns um Gott nicht, bis es uns schlecht geht. Denn es ist aber auch Gott an allem schuld. Er hätte besser auf uns achten sollen, uns bewahren sollen, für uns sorgen sollen. Doch jetzt in der Not scheint Gott auch nicht helfen zu können. Jeremia ist so frustriert über seine Situation, dass er in Kapitel 3 Vers 8 sagt, Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinen Gebeten. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Hast du auch manchmal den Eindruck, dass deine Gebete nur bis zur Decke gehen? Jeremia ist so frustriert, dass er Gott anklagt, er würde sich die Ohren zuhalten bei seinem Gebet. Vielleicht denkst du gerade, so darf man aber über Gott nicht reden. Aber weißt du was? Gott kennt jeden Gedanken, den du denkst. Deshalb ist Gottes Ohr dein bester Kummerkasten. Klagt Gott einfach dein Leid? Ich bin froh, dass wir in der Bibel das Buch Klagelieder haben. Denn Gott will, dass wir uns über ihn beschweren. Auch wenn wir uns über ihn beschweren. Wir haben im Buch der Psalme mehr Klagepsalme als Lobpsalme. Aber die vielen Psalmen, gerade die Klagepsalmen, enden oft mit einem Lob. Auch hier in der Mitte des Buches stehen die Worte plötzlich Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sondern sie ist alle morgen neu und deine Treue ist groß. Wer Gott sein ganzes Herz ausgeschüttet hat, wird von Gott getröstet werden. Ich sage immer, das ist wie beim Ölwetzler im Auto. Nur wer sein Altöl abfließen lässt, kann den Motor mit frischem Öl auffüllen. Wenn du Gott dein ganzes Leid geklagt hast, kann Gott dir helfen. Er versteht dich und weiß, was du brauchst. Es gibt Christen, die sagen, Christen fragen nicht warum. Christen fragen nur wozu. Wirklich? Was hat denn Jesus am Kreuz von Golgatha geschrien? Mein Gott, mein Gott, wozu, wozu hast du mich verlassen? Oder hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha geschrien? Mein Gott, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Jesus hat sein Leid dem Vater geklagt. Das dürfen wir auch tun. Weil dann Gott uns seine Güte und Gnade zeigt. Seine Barmherzigkeit und Treue sind jeden Morgen neu. Wir alle haben den Tod verdient, weil der Lohn für jede Sünde der Tod ist. Deshalb wurde Israel auch damals von den Babyloniern in die Gefangenschaft geführt. Es war Israels Ungehorsam. Ich sage nicht, dass jedes Leid eine Folge unserer Sünde ist. Aber jede Sünde hat zur Folge den Tod. Deshalb weiß Jeremia, dass egal wie schlimm es uns geht, Gottes Gnade immer noch größer ist. Wer auf diese Weise Gottes Hilfe und Trost erfährt, kann getrost durch die Stürme des Lebens schreiten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Deshalb empfehle ich jedem, Gottes Ohr zum Kummerkasten zu machen. Was quält dich gerade? Was macht dir gerade Angst und Sorge? Sag es Jesus und dann schau in Gottes Wort, was Gott dir zu sagen hat. Hör auf Gottes Stimme, wie er dich durch die Stürme des Lebens tragen will. Dann wirst du mit dem Schreiber des Klageliederbuches sagen können, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und groß ist deine Treue. Nutze Gottes Ohr als Kummerkasten. Er versteht dich und tröstet dich. Schleiften Taplanen 2 Vielen Dank.